Willst du gleich mal dein Turmat-Ding machen? Ja, kann ich gerne. Wo? Ich weiß entweder die Wand oder die Wand. Ist mir egal. Ich mach die da. Okay. Aber ich habe noch immens viele Aufnahmen von den Monaten zuvor, also werde ich das jetzt versuchen so ein bisschen zu mischen, also Schnipsel von jetzt, also von den kommenden Tagen und so. Und, also seit dem neuen Update und halt noch ganz alte Aufnahmen, die ich ein bisschen mischen werde. Und es wird also halt nicht 50-50 sein, es wird einfach, naja, mal mehr alt, mal mehr neu. Das werde ich mal ein bisschen gucken, wie es geht. Versuche dann wirklich dann nur so die Highlights, irgendwie so Killstreaks. Vielleicht aber auch hier und da mal was Witziges, was ich halt so finden lässt, ne. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß beim Video. Ciao. Okay. Liegt doch schon mal viel besser. Ach so, die Munition ist doch nicht unbegrenzt, die wird mir wohl nicht angezeigt. Was? Oh, ne. Ach, die wird mir doch angezeigt. Die lädt sich auf, aber nur sehr, sehr lang. Ja, ja, meinst du, das ist auch nicht. Hab ich gar nicht gesehen, ja. Aber Leute, die was... Ah, ist die da eine Drohne aber. Ich bin grad auf dem Boden. Ja, deine Drohne wird dir... wird auch angezeigt, so als Spieler quasi. Die bewegt sich so richtig schwammig, ne. Warte, warte. Ach, Signal geht verloren, wenn ich raus aus dem Gebäude fahre, mit der Drohne. Ich bin aber wieder drin mit der Drohne. Von wo? Da. Warte, warte. Ich hab die ganze Zeit gespottet, aber ich weiß nicht, wo die Drohne ist. Oh, der ist mega lit. Schau mal, der ist oben. Der ist mega lit. Der hat doch ein viertel Leben, oder das ist ein Drittel. Mega lit, ich weiß. Das war so ein richtiges Kopfstudium. Oh nein. Ich hab auch kein Check, dass der oben auch fließt. Er hat Blackbeard dreimal getroffen. Der ist im Motorenraum von... Ja, keine Ahnung. Ah, okay, okay. Blackbeard, Motorenraum runtergegangen. Weil er hat das Schild vorne gehabt. Und er hat mich einfach gesehen. Oh, okay, okay, weg, 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 weg. Der ist doch vielleicht draußen. Der Dock hat einfach ein Schild in seinem Körper. Okay. Oben ist Ash. Ähm. ETF. Von oben. Nice. Sehr schön. Stop the hostiles from securing the biohazard container. 15 seconds. 10 seconds left. Entschuldigung. 5 seconds to go. Hä? Oh nein. Nein. Ich hab grad auf'n Geist gesch... Äh... Da ist es was. Geist, das... Voll der Anzeige backt... Ähm... Blitz wird mir immer noch draußen angezeigt. Also der steht da noch draußen bei mir. Ich hab leider keine Ahnung wo Blitz ist. Bei mir steht der immer noch draußen. Das ist ein Bug. Oder? Hä? Da, siehste? Ich hab nur daneben geämmt erstmal. Ein bisschen. Nicht desto trotz bei dir. Ach nö, ne? Nicht euer Ernst, oder? DG. Oder eher GR. Da, da. Lebt noch. Jetzt Bosi wechseln und wegrennen. Das sieht echt komisch aus aus meiner Perspektive mit den Waffen. Der ist auch wieder links in der Ecke. Ja. Puls ist da, Puls ist da. Pusch ihn. Probier's. Jetzt steht... Sehr schön. Okay, 10 Schuss. Das wird interessant. Sollen wir eine Drohne oder sowas? Ne. Ah. Da war... Aber trotzdem hackt auf. Aber sehr gut gespielt, Michi. Okay. In dem Raum ist keiner. Okay. In dem kleinen Raum. Also von irgendwo da wurde meine Drohne beschossen. Oh, jetzt hab ich den. Der ist rausgerannt. Warte mal. In dem kleinen Raum hier beim Casino ist keiner drin. Oben ist einer, oben ist einer. Okay. Ah, ist tot. Oh, meine Drohne ist down. Oh ne, Echo hat mich erwischt. Wo? Wo ist die Drohne? Bei mir, ich weiß es nicht. Ich suche sie grad. Da. Ich hab sie. Ich hab sie. Die ist grad da oben geflogen. Dann sieht man nicht kurz. Du hast ein bisschen gesoffen, ne? Du hast ein bisschen gesoffen, ne? Was? Okay. Das war gut. Okay, Michi, guck mal. Ja. Ich komm jetzt. Oh ne, warte mal. Ja. Ey, was ist das für ne Scheiße? Ah. Ähm. Okay. Wird grad markiert der Typ. Jonas, könntest von oben kommen. Ich hab keinen Plan, wo die sind. Jonas, äh. Komm mal, komm mal hoch zur Balustrade. Schnell zur Balustrade. Oh, Kapital. Direkt bei mir von der Tür. Und jetzt runter, jetzt runter, jetzt runter, jetzt runter, runter. Und dann hinter dir. Nein. Oh, die Strohflinte bockte. Jo, Mario, vielleicht brauchen wir nur noch eine. Ey, das war ja fast schon 360. Das war ein 360. Das war ein 360. Die waren unsauber ausgefüllt. Die letzten 180 hab ich aufm Boden gemacht. Warum kann... Ist das vielleicht ne unsichtbare Wand? Ja, ich komm durch und dann werd ich wieder zurückgerufen. Äh, zurück... Ja, Mann, das ist doch scheiße so. Hast du irgendwie Probleme? Hier. Ach so, das war's. So, das war's. Die zwei waren ganz kurz. Jetzt auf dem Schuf hat er halt im Lesezimmer versucht. Aber hast du Bibliothek da? Ja, Bibliothek. Genau. Die Drohne ist verloren. Ich kann nichts mehr dazu sorgen. Ach, das ist puddelpoof. Geht's bei euch? Bei einem Zimmer noch. So. Dummere Füchse. Guck mal auf. Dummere Füchse. Die zwei zu vollen Farben. Nee, ja, das ist nicht gesehen. Moment, Moment, Moment. Ich muss grad ein Statement setzen. Das halte ich von Frauenrechten. Nein. ich hab da voll die gute taktik lasst mich doch ja ja okay scheiß drauf scheiß drauf ich mache hier auf achtung doch drüben draußen ja ein kleider wenig jetzt und im nebenraum vom kasino ist einer natürlich rennt einfach rein und stirbt voll idiot da ist ein schild drin nein ich war schon hinterm container kann ich sagen wir können ein bisschen zusammenarbeiten ich fahr ja rum aber ich sehe gerade nicht nein ich hab ihn umgebracht verdammt ja da ist auf jeden fall offen war ja dem raum wo du zeigst das war der spiel in defensiv hier ist langweilig hey lasst mir noch mehr kills hier ist eine drohne ja aufzuschießen sache neben mir ist die wand offen und ich gucke in der cam aber egal gönnt ihr gönnt ihr ja komm markier doch einmal ein schild komm her komm her lass mich rein komm kuchen das ganze team hier drin verstecken da kommen die die ganze kontester zu hä also mich hier müssen wir gerade kuscheln ja bestimmt willst du mitkommen nee oh gott telefon ähm wenn du länger bleibst haben wir ein problem weil wir dann nicht mehr rauskommen ne okay wobei das lustig wenn du rauskommst erschießen die dich dann denken ich hier sind auch immer nicht mehr nicht mehr dann komm ich raus na bämm na 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 갚 na 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 ja ein wenig heißt merke ich wenn wir mit dem dachten gespielt und casual eh nicht richtig also geil kapital hat erst mal gefehlt na guck ich auch mal porno